Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Assi-Trolling-Video, will ich es mal nennen. Ich habe vor, einen Supporter bei uns zu pranken ein bisschen. Ich werde ein bisschen ärgern, mal gucken, was da so abgeht. Wir gehen einfach mal in den Support und gucken mal, was da so abgeht. Wo haben wir denn den Support? Da. Genau, nicht wundern, ich werde selber auch angestuppst, weil ich logischerweise mit dem Hauptaccount auch online bin. Aber das sollte kein Problem sein. Ähm, ich gucke einfach mal, was da abgeht. Du hast geblieben. Hallo, ich habe eine Frage, kannst du mir kurz helfen? Ähm, nee, so gar nicht. Ähm, was? Ja, nee, ähm, ich habe also eine Frage, ich brauche kurz die Hilfe, bitte. Du hast mich von der Zürich gebannt. Wow, wie schnell bannt er mich? What the fuck? Okay, das finde ich jetzt nicht so cool. Ähm, ich muss nochmal da drauf kommen, eben kurz entwannen. Für was hat er mich gebannt? Ähm, so. Connected. Da, dann geben wir doch einfach nochmal einen Support, weil das lasse ich mir echt nicht bieten. Hey, warte auf. Du hast geblieben. Hallo, bitte nicht gleich wieder bannen. Ähm, ich habe ein Problem. Ähm, ja, das... ja. Ja, kannst du mir helfen? Ich habe ein Problem mit meinem Plot. Ich kann da die Grundstücke nicht wieder freigeben. Ähm, nee, da bist du ja auf dem falschen Terz und das ist auch Support-Missbrauch, was du hier machst, weil wir haben keinen Plot-System. Ja, aber ich habe ja eine Frage, da kannst du mir doch bestimmt bei helfen. Ja, ja. Du hast gebannt vom Server. What the fuck? Hey, als ob die so unfreundlich sind. Was geht da mit denen ab? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Ähm. Connected. Ich bin einfach wieder drauf. Das juckt mich doch nicht. Da bin ich schmerzbefreit. Hey, warte auf. So, mal gucken. Du hast geblieben. Hi. Jetzt verreichst du mir langsam. Nee. Ja, nee. Du machst jetzt hier auch noch Bannumgehung. Ja, ich brauche aber kurz Hilfe. Kannst du mir nicht einfach kurz helfen, bitte? Dann komme ich auch nicht wieder wirklich. Also, ich muss nur kurz was eben fragen. Ja, wenn du mit Frau Peren kommst und so entscheidest. Ja, nee. Ich habe darauf jetzt auch gar keinen Bock eigentlich, weißt du? Ja, aber du. Hallo? Kannst ein bisschen netter sein. Ich meine, also ich bin User. Ich brauche kurz ein bisschen Hilfe. Ja, ich bin nett genug, aber wenn du hier andauernd einfach Bannumgehung machst, ich spanne dich schon hier ohne Grund. Oha. Bist du immer so unfreundlich oder jetzt nur zu mir? Nee. Bei solchen Leuten, da bin ich immer unfreundlich. Okay. Okay. Ja, kannst du mir dann trotzdem kurz helfen, bitte, dass ich das eben gelöst kriege. Dann bin ich auch wieder weg und komme nicht wieder. Ja, was hast du denn jetzt eigentlich für ein Problem hier? Wir haben kein Plot-System. Ja, doch. Ich bin bei euch auf dem Server und ich habe mir jetzt ein Grundstück gekauft für 1000 Coins und das funktioniert alles einfach nicht. Ja, auf welchen Server bist du denn? Ähm, ja, aber das ist doch egal, welchen Support ich gehe oder ich dachte, der könnte mir immer, egal wo man ist, helfen. Nee, ich habe mich hier, wie gesagt, bloß beworben und ich frage das auch ab, dass irgendwelche anderen Moderatoren oder Supporter eher gemoved werden als ich, wenn ich, um halt mal mit denen aufzunehmen. Ich bin bloß im Team und das mache ich. Sehst du aus wie der Supporter oder was? Ja, also, oha. Das ist jetzt. Nee, also, ich muss mich auch übrigens ein bisschen beschweren. Ich würde auch, nee, nee, nicht bannen. Also, das ist ja, also, das kannst du ja nicht bringen. Du kannst mich jetzt eigentlich schon wieder bannen. Ich habe ja auch nichts. Naja, wenn du, doch, das kann dich wohl bringen, wenn du hier gegen unsere Regeln verstoßt, dann balle ich dich dafür auch wieder. Ich bin ein Moderator, ich brauche mich nicht an die Regeln zu halten und da brauchen wir gar nicht lange diskutieren in uns dann. Kannst von mir aus, ein Entbärmungsantrag schreiben, wird sowieso von mir direkt wieder abgelehnt. Du kannst mich mal. Tschüss. Du warst von der Server. Du was? Alter Falter. Für was wurde ich gebannt? Für VPN und Support-Missbrauch. Okay, also, Leute, kurz für euch. Der hat so einen Supporter-Rang. Ich weiß nicht, warum der jetzt zu mir sagt, ich wäre, er wäre Mod oder so. Äh, ich glaube, das muss ich gleich nicht mal auf. Nee, oh. Ich komme gerade gar nicht klar. What the fuck? Okay, das müssen wir irgendwie, glaube ich, mal aufklären. Ich glaube, ich entbann mich nochmal ein letztes Mal und löse das mal dem auf. Das kann er ja nicht. Also, nee, ja, warte mal. Connected. So, ähm. Hey, wake up. Das kann er echt nicht bringen, sowas. Hallo, bevor du mich jetzt... Warte, 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 warte. So, ich mache mal mit dem Stimmfahrzehrer kurz aus. Sekunde, nicht bannen. So, hi. Na, du? Hallo. Du bist... Hallo. Ja, also, ich glaube, den Rang hast du auch nicht mehr lange. Ähm. Warum doch? Redest du mit allen Usern so? Nein. Was meinst du? Ja, diese Unfreundlichkeit. Also, du hast mich jetzt zweimal... Also, du beleidigst und so und dass du keinen Bock hast. Nee, das war nicht. Das war... Nee, das war... Das ist genau... Du bist genau derselbe Supporter, mein Freund. Also, das kannst du echt nicht bringen. Warte mal, ich komme mit meiner Hauptidentität. Da kann ich mich direkt wegbannen. So, wo bin ich denn? So, gehen wir nochmal rein. Hi. So, jetzt weißt du, glaube ich, auch, wer ich bin. Dein Rang ist schon mal weg, weil sowas brauche ich mir nicht bieten lassen. Und du solltest vielleicht darauf achten, dass du die User nicht immer so halt beleidigst, ja? Keinen Rang mehr haben. Bis zum nächsten Mal. Tschau. So, genau. Ich habe die Leute halt als Buddy markiert, weil die... Ich spreche die Leute gerne mit Vornamen an und das ist halt ein bisschen höflicher, finde ich. Nicht, dass ich wundere, warum das wieder ein Buddy war. Das war ein bisschen eskalierender, als ich tatsächlich gedacht habe. Wenn ihr Bock habt auf noch so ein kleines Prank-Video. Ich hoffe mal, das nächste Mal ist es nicht so schlimm. Der wird hier definitiv nicht länger mehr im Team sein. Dann meldet euch einfach mal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock auf ein nächstes Video habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich glaube, ich muss gleich echt mal mit denen reden, weil sowas geht echt nicht. Naja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch einen sehr schönen Tag. Und bis dahin, ciao.